Hallo Slurps und willkommen zurück zu Star-O-Welly. Vielen Dank fürs Einschalten und guten Morgen Familie. Okay, heute ist der letzte Tag im Herbst. Können wir irgendwas schneidern? Was passiert denn, wenn ich grünen Tee schneide? Komm, wir probieren das mal aus. Zack. Ah, grüner Tee. Uh, ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Ah, das ist witzig. Ein T-Shirt von dem populären Heißgetränk inspiriert. Ein T-Shirt. Okay. Das ist witzig, weil es sehr simpel ist und ich mag einfachen Humor. Guten Morgen, Emily. Mein Horoskop für den Tag ist nicht allzu gut, aber ich werde das Beste daraus machen. So wie immer, lass uns an die Arbeit gehen. So machen wir das. Wir gucken mal, was wir noch erledigen müssen im Herbst. Zum Beispiel unten auf den Kürbissen gucken. Grüße, junger Adept. Ich habe in diesem Paket einen Gegenstand von Arcana Bedeutung verpackt. Und wir werden heute auch den Inselobelisten bauen. Mega cool. Freue mich sehr darauf. Jetzt schmeißen wir erstmal hier ein bisschen Kaviar rein. Frischei an Salz gereift. Lich Shire. Lich Shire. Auch ein schönes Wort eigentlich. Okay, hier wird geerntet. Perfekt. Was machen die Junimus eigentlich im Winter? Hm. Okay, ich finde es gut, dass, wenn wir jetzt sogar das, ähm, den Obelisken kaufen, wir sogar ein kleines Puffer haben. Äh. Finanziell. Und nicht ganz wieder beim Null anfangen. Das wäre ein bisschen... ...ärgerlich. Auch kein Untergang. Aber auch... ...muss noch sein. Violetterpilz. Ich packe dich mal in den Kühlschrank. Violettenpilze sind relativ selten. Dann habe ich die lieber... ...äh, hier. Den muss ich jetzt nicht unbedingt verkaufen. Noch mal Tee ernten. Auch ohne unser T-Shirt. Nach den Hühnern, nach den Schleimen. Und dann, äh, packen wir mal unsere Sachen. Für den Obelisken. Hier rein. Ich will dann noch ein paar Geschenke später verteilen. Ach, hier hatte ich ja... ...das angebaut. Eigentlich sieht das ganz witzig aus. Ich kann das ja eigentlich hier drin lassen. Das Gras. Hallo, ihr beiden. Okay. Oh, ganz so viel Schleim. Das ist in Ordnung. Hier wird auch noch... Die Eier sind auch noch am... ...züchten. Komm mal rein mit dir. Okay, der Kürbis ist leider nichts geworden. Ich würde die jetzt wahrscheinlich dann abernten. Oder kann das jetzt noch passieren, dass die sich im Laufe des Tages spontan zusammentun? Wir warten einfach ab. Was haben wir zu verlieren? Ein paar Kürben sind jetzt nicht so tragisch. Ähm, wie sieht's hier aus? Ich bringe ein bisschen was ins Lager. Äh... ...hier kommt Kram rein. Hier kann ich nochmal Tee machen. Eichelkern weg. Okay. Ich bring die Omnigioden noch hier hin. Und dann packen wir immer noch die Sachen. Ich brauche zehn Eier. Zehn Bananen. Und zehn... ...Iridium-Barren. Okay. Ich bin so aufgeregt. Und dann stellen wir die Maschine hin. Direkt daneben. Nicht genug Platz, um mein Pferd zu beschwören. Ah, die Feenrosen hätte ich noch ernten können. Uh. Was ist das eigentlich für ein schicker Weg. Wenn ich den Erbauer mal finde. Das wird ein Fest. Okay. Äh, ist hier noch irgendwas... Oh, ne pinke Torte kann ich mitnehmen. Paprikapoppa kann ich mitnehmen. Rotkohl, Kokosnuss. Dirkusstuhl. Oh, ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben für Krams. Brauche ich den Rotkohl? Dann kann ich auch ansonsten anpflanzen. Aber die beiden anderen Sachen kann ich gut verschenken. Uh. Asmodius. Manchmal beobachte ich insgeheim die Stadtbewohner. Jedes Mal wieder creepy, wenn du das erzählst. Ähm. Du magst Sachen, die ich echt gar nicht habe mehr, gell? Oder hast du schon viele Herzen? Was bist du denn? Oh, du hast schon volle Herzen. Perfekt. Uh, Leute. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich. Zehn Millionen. Insel Obelisk. Eine Million. Wie ist ein Obelisk? Der ist auch... Das ist auch so ein schöner Obelisk einfach. Der Wasserobelisk. Und wir machen den Insel Obelisk. Aua. Hier hin. Nice. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Sofort hin teleportieren. Und direkt ausprobieren. Oh mein Gott, Leute. Schaut es euch an. Ah. Wo landen wir jetzt? Hier. Ah ja. Perfekt. Es regnet. Hätte ich einen Schirm einpacken sollen. Oh mein Gott. Wir haben den Obelisken endlich. Keine Ahnung, wie viele folgen ich schon über den rede. Gefühlte 400. Aber jetzt ist er endlich da. Mega cool. Ich bin so happy. Oh, jetzt müssen wir nicht immer nur zu Willi laufen. Nichts gegen Willi. Aber den Weg können wir uns jetzt schenken. So cool. Mega stark. Okay. Ich verkaufe gerade mal Kram. Zack. Und weg. Und weg. Dich verschenke ich gleich. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach ein paar Leuten, würde ich sagen. Und. Ähm. Machen wir noch ein paar Geschenke. Bevor der Winter anfängt. Wir haben ein bisschen was eingesteckt. Das reicht für ein paar. Persönlichkeiten hier im Ort. Und dann schauen wir mal. Ob dann irgendwelche Zwischensequenzen oder sowas noch kommen. Ähm. Wir reiten jetzt einfach mal durch den Ort. Schauen, ob wir jemanden treffen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss es nicht. Ich will ja gar nicht das Pferd beschwören. Hey, Lieber bist du hier? Bitte eine Torte für dich. Nein. Wahrscheinlich hängt sie dann wieder oben am Gemeinschaftshaus rum. Hallo, Evelyn. Baby Gale. Ich liebe so Zeugs ernsthaft. Hm. Was soll ich heute tun? Ich denke darüber nach, meine Haare wieder zu färben. Was meinst du? Färbe sie schwarz? Warum nicht blond? Wie wäre es mit einem krassen Pink? Oh, krasses Pink. Sieht bestimmt mega cool aus. Du bist immer für einen Lacher gut. Okay. Ja, war auch nur das Witz gemeint. Korb. Ja, aber dadurch, dass ihre Haare gefärbt sind, oder sind die Haare natürlich lila? Weil das ist ja dieses Gerücht, dass sie das Kind von Rasmodius ist. Aber wenn ihre Haare gefärbt sind, Lila, ist das schon mal ein bisschen weniger wahrscheinlich. Aber sie hat gesagt, sie überlegt sie sich wieder zu färben. Das heißt, es kann auch sein, dass Lila ihre Grundhaarfarbe ist. Hm. Was mache ich eigentlich hier? Achso, ich wollte nach Harvey gucken. Habe ich eben schon zwei Geschenke gemacht diese Woche? Nein. Ah, weil eine neue Woche angefangen hat. Harvey, bist du überhaupt hier? Hm. Wo geht es denn hier hin? Ach krass. War ich hier schon mal drin? Boden-Luft-Funk-Protokoll. Oh, das ist ein Hobby-Funker. Ein Vergleich der Kampfflugzeuge der Ferngill-Republik mit denen des Rotor-Imperiums. Ja, es ist krass. Eigentlich herrscht gerade Krieg in der Welt, ne? Kennt es ja auch noch. Mega traumatisiert und kam jetzt aus dem Krieg zurück. Ich weiß nicht, ob der Krieg beendet ist. Aber es herrscht, glaube ich, noch Krieg. Ein kompliziertes Rundfunk-Set. Das ist Harvys Modellflugzeugsammlung. Selbermacher, Knie-Chirurgie. Mega cool. Nichts gefunden und jetzt riechen deine Hände schlecht. Zu Recht. Im anderen Müll von Leuten hat man nichts zu suchen. Ein ziemlich gewöhnlicher Fernseher. Es läuft eine Sendung über Geschichte. Spannend. Ah, ich finde sowas klasse. Jetzt haben wir wieder was ein bisschen über Havi gelernt. Cool. Ich finde Modellbau total spannendes, schönes Hobby. Nix für mich. Ich glaube, ich bin da viel zu ungeduldig für. Aber, ähm, ach, jetzt habe ich keine Erdbeere. Aber ich bewundere es, wenn andere Leute da Muße für haben und auch das Geschick haben. Das ist für mich, das mag ich am allerliebsten. Kannst du etwa Gedanken lesen? Stell dir vor, du hast das Leben eines Patienten komplett in der Hand und schaffst es nicht, ihn zu retten. Das ist etwas, das ich den Rest deines Lebens verfolgen würde. Das stimmt. Das stimmt. Ich hatte mal eine Ärztin getroffen und ich habe gefragt, wie sie damit umgeht, mit Patientengeschichten. Und sie meinte, äh, das hat sie am Anfang ziemlich mitgenommen. Und dann hat sie irgendwann für sich beschlossen, sobald sie irgendwie über die Stadtgrenze hinaus gefahren ist, genau bis zu dem Zeitpunkt macht sie sich Sorgen. Und wenn sie über der Stadtgrenze hinaus ist, versucht sie das im Krankenhaus zu lassen. Das ist der Hypno-Weg, oder? Der hat mich auch lange beschäftigt. Der sieht aber echt cool aus. Ich finde, der ist uns so gut gelungen. Der muss jetzt noch ein bisschen dekoriert werden hier. Aber das ist, der ist echt stark geworden. Schön, wie sich das zusammenfühlt. Hey, Lieb. Oh, das mag ich am liebsten. Weißt du, ich war noch nie im Wald. Es wäre sicher interessant, ihn irgendwann zu erkunden. Auf alle Fälle. Macht es. Dann mit Emily zusammen in den Wald gehen. Okay, ich habe noch Herbstfülle besuchen den Bürgermeister. Und schenken ihm etwas. Wow, für dich habe ich jetzt, glaube ich, nichts dabei. Oder eine Hasenpfote. Du magst auch Hasenpfote. Ich gucke jetzt lieber in der Mocha. Nochmal. Genau, hier Herbstfülle. Alex. Hasenpfote. Hey, Spitz, ich liebe das Zeug. Du hast schon alle Herzen voll, oder? Penny, auch noch nicht. Dann könnte ich dir jemanden schenken. Und das, Herr Bürgermeister. Danke dir, ich stehe total auf sowas. Das ist jetzt Paprikapopper. Herbstfülle. Aber die sind alle so ähnlich aus den Gerichten. Wow, das mag ich total gerne. Danke dir. Gibst du auch dein Bestes auf dem Hofslurp? Du musst viele verschiedene Dinge erreichen, wenn du ein ordentlicher Bürger werden willst. Das macht einen ordentlichen Bürger aus. Vielleicht, wenn er seiner Gesellschaft mehr zugutekommen lässt, was er einfordert. Weiß ich nicht, das ist Quatsch. Das kommt in den sozialen Aspekt aus. Vielleicht, wenn er das der Gesellschaft gibt, was er geben kann. Ich glaube, das würde, fände ich, eine ganz schöne Erklärung. Zuerst. Kann doch Quatsch sein. Ähm. George. Über hat eine Pilze. Das habe ich am liebsten. Danke dir. Ist dir nicht kalt? Sie machen die Pullover nicht so wie früher. Was heißt es? Was macht einen guten Bürger aus? Hm. Spannende Frage. Okay, ähm. Wir haben jetzt noch die Paprika-Popper. Die können wir Shane schenken. Oder Shane mag die. Ich muss jetzt so viel gucken gerade. Irgendwann habe ich jetzt alles auswendig im Kopf. Wie sagst du euch? Shane mag Paprika-Popper. Bist du aber schon im Salon? Nein. Hey, ich bin zurück. Wo ist Shane gerade? Marni kommt auch. Wir suchen gerade noch Shane. Welch läuft jetzt hier unten von Marni zu uns hoch? Das ist doch perfekt. Wie ich es gedacht habe. Wow, Slurp. Vorher wusstest du, dass ich sowas mag? Tja. Tja, wer hat es herausgefunden? Ich kann Gedanken lesen. Okay. Ich würde sagen, wir legen uns... Nein, wir können nur mal ganz kurz gucken, ob Vincent wach ist. Oder ob der jetzt auch schon im Bett liegt. Nein, er ist noch wach. Oh, es geht aber gleich gerade ins Bett. Wow, vielen, vielen Dank. Das ist grandios. Ach, grandios ist auch so ein schönes Wort. Hi, du. Okay. Okay. Äh, wir gehen ins Bett. Gucken mal, was der Winter so bringt. Und machen dann da weiter. Einmal in die Falle hauen. 13.912. Erster Tag im Winter, Jahr 4. Ah, ich habe die Kürben nicht mehr angeschaut. Ah. Oh Gott, die anderen haben... Aber die überleben das im Winter, oder? Sind die jetzt beide kaputt? So weit habe ich gar nicht gedacht, dass der Winter die vielleicht... zerfetzt. Oh, das wäre ärgerlich. Äh, hä? Ah, okay. Ah, der ist noch vorhanden. Die Kürben sind weg. Ah, stark. Die überleben aber den Winter. Uh. Uh. Ich hatte echt ein bisschen Sorge. Gut, hier ist jetzt alles... Äh, wieder leer. Ah, es sieht auch schön aus im Winter. Cool. Unser Ohase der Ruhe. Super. Das gefällt mir echt gut im Winter. Auch die Farben. Sieht toll aus. Wintermeier. Kann man verkaufen. Gluck, 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 gluck. Gluck, 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 gluck. Ah, 198 Schleim. Oh, wie ärgerlich. Ich könnte natürlich noch mit dem Schleim irgendwie umlegen. Aber da traue ich mich nicht. Deswegen will ich das nicht. Also irgendwann, wenn es voll ist und andere Farben nicht mehr... ...bauen können, ja. Aber so noch nicht. So nicht. Aber wir können dann mal gucken bei Mr. Key, ob wir eine neue Quest haben. Das wäre doch eine Idee. Dann gucke ich hier gerade nochmal. Kann ich hier ein bisschen Ordnung machen? Vielleicht kann ich verkaufen. Vielleicht kann ich verkaufen. Ja, wir machen das direkt. Wir gehen direkt mal zu Mr. Key. Ne, ich bringe das erstmal ins Lager. Oh, da können wir auch neue Fässer machen. Was fehlt uns denn für die Fässer? Nichts. Ich habe nur 30 Holz. 31 Holz. Oh, die will ich jetzt nicht dafür raushauen. Wir müssen auf jeden Fall den Winter nutzen, um nochmal... Oh, wie cool. Sie haben die Klappe unten. Ah, die Klappe. Wir müssen auf jeden Fall den Winter nutzen, nochmal ein bisschen Holz zu sammeln. Das wäre, glaube ich, ganz clever. Komm mal rein mit dir. Okay. Wie ruhig das hier ist, wie keine Tiere draußen am Laufen. Schön. Äh, also... Ist auch schön. Ich mag die Tiere sehr gerne. Für so ein bisschen Ruhe. Ist auch schön. Dann alles, was flüssig. Okay. Einmal, da muss der Key vorbeischauen. Die muss ich auch mal wegmachen. Das ist ein bisschen... Ich ernte euch gerade und dann... Oh, vielleicht finden wir aber noch ein paar... Das können wir machen. Wir können mal heute gucken, ob wir noch ein paar Regenwürmer finden. Dass wir... Äh... Die können wir auch mal sammeln. Dass wir vielleicht eine neue Staude drin finden. Hey, wie geht's dir? Es geht das Gerücht, dass vor langer Zeit eine große Zivilisation von Zwergen auf Ebene dieser Insel lebte. Warst du schon einmal im Inneren des Vulkans? Er ist gefüllt mit den Ruinen ihrer seltsamen Maschinen. Spannend. Hallo, Mr. Key. Ich finde diese Kamera übrigens ultra merkwürdig, dass er einfach eine Kamera in der Höhe hat, um, äh... Um das Stern-Tautal auszuspionieren. Das ist das Stern-Tautal, oder? Müsste es sein. Erweiterte Familie, Familienmitglieder, die legendären Fische sind ins Tal zurückgekehrt, Liefere frisch gekochte Produkte und werfen 100.000. Oh, das sind beides so... Äh, Aufgaben. Das haben wir schon mal gemacht. Die haben wir auch alle. Ach, ich nehme einfach den an. Wir könnten natürlich nochmal kochen. Aber... Ich weiß nicht. Neun Stück haben wir nur. Pilzbaumsamen, Zauberköder... Der Kieshut. Ich hätte die Rezepte ganz gerne, glaube ich, noch. Ich glaube, die brauche ich auch für 100% im Spiel. Ähm... Weiß aber gerade nicht. Ich will jetzt auch die Walnüsse nicht dafür ausgeben. Hm. Wir suchen mal Stauden. Äh, Regenwürmer. Nicht Stauden. Also... Wir suchen Regenwürmer für die Stauden. Und hier unten die... Äh... Ach, hier ist ein Regenwürmer. Hier unten die Walnüsse werde ich, glaube ich, auch niemals finden. Vielleicht sollte ich mir irgendwann mal doch... Nicht einfach... Im Internet spoilern. Wo hier... ...die... Äh... Walnüsse sein sollen. Weil ich glaube, hier liegen noch welche, aber... Da bin ich schon so viel umgegraben. Und nichts gefunden. Wie gesagt immer, ich soll nach irgendwelchen Symbolen Ausschau halten. Aber ich sehe die nicht. Ich... Ich sehe die nicht. Naja. Wir machen das gerade mal. Wenn man ein Problem nicht mit Cleverness lösen kann, muss man halt... ...ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber wir machen das, finde ich, ganz gut. Hier können wir weg. Aber schön, oder? Erster Tag des Winters hat angefangen. Das mache ich. Erstmal... ...äh... ...auf eine warme Insel gehen. Ich finde hier nix. 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 Okay, ich glaube, das hat sehr wenig Sinn. Hier einfach random alles umzugraben. Aber das haben wir schon mal zum großen Teil gemacht und auch nix gefunden. Hm. Ne, wir suchen weiter Regenwürmer. Wir bleiben beim ursprünglichen Plan. Und gucken, ob sich dabei irgendwas auftut. Aber ich kann es nicht machen, finde ich. Dabei kann ich hier reinschmeißen. Nicht essen. Doch, ist es... 44 Energie ist halt auch nicht verkehrt. Hierum müssen wir uns... Wir müssen uns noch um so viele Sachen kümmern. Ich will hier das noch schön machen. Das ist auch nicht... ...nicht toll gelöst, was ich hier gemacht habe. Diese Zwischenlösung. Ich will noch viel mehr Fässer bauen. Ah, es ist noch so viel zu tun. Letztens hat mich einer von euch angeschrieben. Hab doch gemeint, äh... 216 Folgen. Du musst doch mittlerweile schon fünfmal mit dem Spiel durch sein. Nein. Nicht mal ansatzweise. Ich habe auch... Man kann das Spiel, glaube ich, durchspielen. Ich glaube, man braucht alle Sternfallfrüchte. Oder so. Ich weiß es gar nicht. Also man kann... Also so grob kann man die Story, glaube ich, durchspielen. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber dann kann man, glaube ich, auf diesen... Dann wird dieser Stein oben am Bahnhof entfernt. Dann kommt man da ja, glaube ich, hoch. Und so wie ich das verstanden habe, ist dann ja auch quasi... So ein bisschen das Ende erreicht. Also wenn ich mich da irre, korrigiert mich bitte gerne. Aber so habe ich es so grob verstanden. Aber ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das oben überhaupt öffne. Ob das erst wirklich kommt, wenn ich 100% habe in allem. Weil dann ist es wirklich durchdurch. Bei 100% würde ich sagen... Hat das Spiel ein Ende gefunden. Jetzt räumen wir hier nochmal ein bisschen auf. So viel Leben. Das ist so cool. Ich muss gleich mal echt viele Böden machen. Oder sind die in den Omnigioden, die Stauden? Oh, ein Artefaktfund. Und dann sollte man aber zu Clint. Der hat jetzt aber schon zu. Ich glaube, die waren in den Geioden... ...die von den Regenwürmern spawnen. So war das. Aber Clint hat zu. Wir könnten... ...nochmal hier oben nach Regenwürmern gucken. Dann teleportieren wir uns zurück und schmeißen mal vielleicht ein paar Omnigioden... ...in unseren... ...Iodenbrecher. Hallo, Leo. Habe ich eine Feder für dich? Leider nein. Was magst du denn sonst noch? Gibt es irgendwas, was du außerhalb der Feder noch magst? Ansonsten probiere ich, glaube ich, einfach mal was aus. Beliebte Geschenke. Was ist denn mit... Was ist denn mit... Na, Ingwer ist wahrscheinlich zu below. Davon ist er den ganzen Tag umgeben. Was ist denn mit einem Seeigel? Ich schenke dir mal einen Seeigel. Probier es einfach mal aus. Bist du sicher? Das ist so schön. Ah, das ist, glaube ich, aber ein beliebtes Geschenk. Kein geliebtes Geschenk. Weil es kam kein Herz über seinem Kopf. Ja. Beliebt. Ah, cool, aber... Er war nicht ganz im Sinn. Wir gehen einmal zurück. Hallo, Schneemann. Meißen was in den Geiodenbrecher. Da oben habe ich dich stehen. Kann ich den Artefaktwut reinschmeißen? Das ging nicht, oder? Nee. Dann machen wir es einfach mal so. Ähm... Oh, da bin ich schon wieder voll. Ich muss hier hin. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas schneidern können. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal ins Bett. Wir müssten den Tag jetzt nicht noch kastlich in die Länge ziehen. Können wir noch irgendwas cooles, neues kochen? Das haben wir alles. Hier fehlt immer noch der Gotteslachs. Oh, ich kann gucken, was wir jetzt angeln können. Wetterbericht, Wahrsager, Leben vom Land, Angeln-Info. Thunfisch, Glasaugenbarsch. Barsch, Katzenfisch, Hecht, Rotbarbe, Hering, Riffbarsch. Müssen wir auf meine Liste gucken. Gotteslachs, Regenbogenforelle steht hier noch drauf. Tintenfisch, Seegurke, Mitternachtskarpfen, Stör. Oh, Tintenfisch brauchen wir, glaube ich, auch noch. Für unser Aquarium auf jeden Fall. Mal gucken. Mal gucken, was wir alles jetzt noch so im Winter machen werden. Holz sammeln will ich. Angeln will ich. Mal gucken, was wir alles zusammen bekommen. Ach nee, das will ich jetzt nicht benutzen. Vor allem, wenn uns noch was fehlt. Ingwer. Oh, ein Hut. Äh, true. Es ist die Freude eines Försters. Hä, ist das jetzt ein... Der ist ja cool. Aber halte ich den auf? Der gefällt mir ganz cool. So ein Upgrade von unserem normalen Strohhut. Nicht, dass der ein Upgrade nötig gehabt hätte. Aber sieht schon witzig aus. Ah, dann könnte ich den... Ne, hier geht's ins Bett. Aber wo ist mein anderes Kind? Interessiert mich gerade, ob es jetzt auch im Bett liegt. Oder ob er jetzt gar nicht mehr ins Bett gehen kann. Und wir machen mal ein Upgrade. Oh, der ist schon cool, der Hut. Der Dino-Hut. Hehehehehehe. Ah, das gefällt mir aber auch super. Ähm. Ich muss gerade mal den Bären aus dem Bett rausnehmen. Nicht, dass das Kind jetzt nicht ins Bett gehen kann, weil der Bär drin liegt. Das wäre ein bisschen hart. Aber er bewegt sich jetzt auch nicht. Ich lasse aber trotzdem außerhalb liegen. Cool. Mega witzig. Nicht so viel Geld. Ich hoffe, unsere Weine sind jetzt mal fertig. Dass wir die nochmal ein bisschen verkaufen können. Na ja, gut. Ansonsten, liebe Leute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ähm. Ich bin gespannt, was der Winter jetzt so alles mit sich bringt. Ich will, glaube ich, nochmal ins Kino gehen. Ein bisschen Holzarbeiten machen. Angeln, wie gesagt. Mal schauen. Ein paar Geioden aufmachen. Und gucken, was wir so alles treiben werden. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen hoch. Wenn ihr neu seid, freue ich mich auch über ein Abo. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Ciao.